Freunde, mich hat was Neues erreicht und zwar konnten wir das schon auf der Messe testen, den Hight-Tabak. Ich kenne schon den deutschen Importeur von diesem Tabak und konnte schon vorab ein paar der Sorten erwerben. Und deshalb können wir uns heute schon die ersten Sorten von dem Hight-Tabak angucken. Auf der Messe kurz probiert, war auch sehr nice auf der Messe, aber der richtige Test ist natürlich erst zu Hause. Orange 4 ist der erste, den ich gebaut habe und ihr seht auch schon 25 Gramm, kosten 4,90 Euro. Eigentlich sowohl der Dark Blend als auch der Virginia. Kosten beide 4,90 Euro. Ich habe extra nochmal geguckt, weil ich doch kurz die Hoffnung hatte, dass der Virginia vielleicht doch günstiger ist. Aber auch der Virginia kostet leider 4,90 Euro. Das ist gerade für Virginia schon sehr happig. Für Dark Blend ist das ehrlich gesagt fast normal. Jetzt haben wir ein Problemchen und zwar findet man im Internet nichts zu den Sorten. Orange 4 hatte ich gedacht, na gut, Orange, safe. 4 könnte vielleicht Pear sein und dann dachte ich, okay, maybe Orange mit ein bisschen Birne oder sowas. Turns out, da ist ein halber Tannenwald mit drin. Also wer da nur mit Orange und Birne rechnet, der wird ein wenig überrascht. Das ist, als ob da noch, weiß ich nicht, 30% Needles mit dazu gemischt sind. Ist aber eigentlich ganz geil. Fühlt sich gerade ein bisschen wie ein Saunaaufguss an. Ich habe noch 30% Kiwi Smoothie mit reingemischt. Merke ich nichts von. Also der ist geisteskrank intensiv. Was ja schon mal was Gutes ist. Bin auf jeden Fall gespannt. Ich habe mir das erste Köpfchen im Onno Primis gebaut. 16, 18 Gramm ungefähr sind drin. Schönes Vollkontakt. Full Dark Blend Köpfchen. Bis jetzt läuft. Lässt sich aber sehr, sehr angenehm rauchen. Also man merkt das Nikotin. Gut. Für mich genau das richtige Level an Nikotin. Ich würde sagen, ist auch relativ ähnlich stark zu Must Have und Co. Aber erster Eindruck von der ersten Sorte sehr, sehr gut. Wenn wir die zweite Sorte anmachen, dann zeige ich euch auf jeden Fall noch den Kopfbau. Und dann mischen wir den nächsten Dark Blend mit dem nächsten Virginia. Aber erstmal rauche ich dieses Köpfchen genüsslich zu Ende. Das erste Köpfchen mit dem High Tabak lief schon absolut hervorragend. Wir sind dabei geblieben. Orange mit Needles gemischt, würde ich sagen. Birne habe ich da ehrlich gesagt nicht rausgeschmeckt. Weiß aber auch nicht, ob Birne drin sein soll. Jetzt schnappen wir uns hier den sauberen Onno Primis und mischen zwei Sorten von dem High Tabak. Wir nehmen einen Dark Blend und wir nehmen einen Virginia. Von dem Dark Blend habe ich noch den Barbaros Miracle, den Berrytail, den Snowfall, den Black Desire. Die restlichen sind alle Virginia. Yes. Da hätten wir den Went Nuts, den Synthwave, den Spectrum Drops, den Waterloo Beat, den Red Jam, den Blush und wir haben den Utopia. Ich würde sagen, wir mischen jetzt den Red Jam mit dem Berrytail und ein bisschen von dem Snowfall. Ich hoffe, dass der Snowfall so reinscheppert wie der alte Supernova. Die Frage ist halt, wenn der hier konform ist, kann der wirklich krasser sein? Also wir machen jetzt mal so viel rein und wenn der so stark wäre wie der alte Supernova von Darkside, dann würde das auf jeden Fall schon gut reinscheppern. Feuchtigkeit ist sehr gut eingezogen. Schnitt ist schön fein. Mag ich auf jeden Fall für ein Dark Blend so den Schnitt. Wir haben allerdings hier und da mal ein winziges Ästchen, aber auf jeden Fall nicht in der Menge, wo ich irgendwie Schiss hätte. So, als nächstes machen wir hier den Berrytail mit rein. Also der Berrytail riecht geisteskrank. Oh, da haben wir mal ein etwas größeres Ästchen, aber ihr seht, man kriegt das ganz gut hier im Kopfbau mit vermittelt. Der Berrytail riecht überragend. Ich könnte nicht sagen, nach was für Beeren. Das riecht aber überwiegend süß, würde ich sagen. So, und den Rest machen wir dann noch mit einem Virginia Voll. Dann können wir uns da auch nochmal Schnitt und Feuchtigkeit angucken. Dann nehmen wir jetzt den Red Jam. Was mir an den Dosen negativ auffällt, ist auf jeden Fall, dass oft ein bisschen Tabak in den Deckeln hängt. Aber gut, kann man ja noch rausholen. Ich weiß auch nicht, ob da, ob es vielleicht noch eine andere Fassung, sage ich mal, davon geben wird, wo dann noch eine Folie oder sowas drüber ist. Ob das jetzt so die ersten Dosen sind, die nach Deutschland gekommen sind, keine Ahnung. Das sollte reichen von der Tabakmenge her. Dann haben wir jetzt ungefähr 30% Red Jam. Wir haben ungefähr 50% Berrytail und 20% Snowfall. So, wir verteilen das noch ein bisschen. Hier und da ist mal so ein kleines, widerspinstiges Ästchen. Aber kriegt man ganz gut im Kopf verteilt auf jeden Fall. Also Köpfchen riecht jetzt in dem Mix, was mir so in die Nase steigt, schon mal sehr gut. Hey, das war der erste Zug. Und der ist kalt. Holy shit, der ist sehr kalt. Supernova ist back, Digga. Rauchentwicklung ist super. Rauchgefühl ist ebenfalls super. Also Stärke ist da. Ich merke ihn minimal im Hals, aber nicht viel. Nur ein kleines bisschen. Rauchentwicklung, ihr seht, jetzt muss ich glaube ich nicht mehr viel zu sagen, oder? Ist schön süß. Obwohl er gerade eiskalt ist. Wirklich eiskalt. Ich merke auch beim Einatmen wirklich, als ob ich gerade noch einen Airwaves gefressen hätte. Also ich kriege fast Gehirnfrost. Und ich merke vor allem Süße. Ich würde immer noch sagen, dass da irgendwas mit Erdbeere drin sein könnte. Einen Beerenmix habe ich natürlich von dem Berrytail. Er ist absolut faszinierend, der Tabak. Ist der Snowfall der Kalte? Yes, der Snowfall ist der Kalte. Und maybe hätten es auch 10-15% getan und nicht, wie ich benutzt habe, 20%. Aber ist auch irgendwie geil. Also es tut mir leid. Darkside, es tut mir leid. Aber der Snowfall ist der bessere Supernova nach TPD. Ist halt die Frage, ob er TPD-konform ist. Kann ich ja nicht sagen. Weiß ich halt nicht, ob den jemand mal überprüft hat. Und Hyde sagt wohl, der soll so TPD-konform sein. Weiß ich nicht, Digga. Aber klatscht auf jeden Fall rein. Und Beerenmix. Sehr lecker. Und ich bin immer noch der Meinung, dass der Red Jam irgendwas mit Erdbeere ist. Aber sehr leckeres Köpfchen. Und eiskaltes Köpfchen. Ich rauche den eine Weile. Und dann gibt es nochmal ein Fazit. Und wahrscheinlich noch ein nächstes Köpfchen. Das Köpfchen wurde weggeraucht. Es war exquisit. War wirklich ein sehr leckeres Köpfchen. Jetzt nehmen wir uns hier den Darkside-Shot-Kopf. Und werden da mal ganz fluffig ein bisschen von dem Hightabak reinmachen. Und mal gucken, wie gut das Ganze mit einem Meerloch klarkommt. Deswegen bauen wir den jetzt. Alright. Darkside-Shot. Wir bauen ein Köpfchen. Erstmal wiegen wir den Kopf. 264,4. Dann nullen wir das Ganze. Wir nehmen auf jeden Fall wieder was von dem Snowfall. Das war der mit dem Cooling. Der war nämlich absolut nice. Den machen wir aber vielleicht ein bisschen weiter oben hin. Wir nehmen wieder einen Darkblend. Ja, ich würde sagen, wir bauen einfach mal hier den Black Desire. Er erinnert mich irgendwie an Blumen. Wie Blumen auf einer Sommerwiese riechen. So riecht dieser Tabak ein wenig. Bin mir noch nicht sicher, ob das was für mich ist. Aber I guess we'll find out. Logger fluffig rein in die Kiste. Dann machen wir von den Virginia Spectrum Drops. Was war das? Der hat so nach Tingeltangle gerochen. Den nehmen wir. Der riecht sehr nach Tingeltangle. Also nicht sehr, aber das ist... Also ich rieche dran und es erinnert mich an Tingeltangle. Sagen wir es so. Von dem ein bisschen was. Und dann machen wir noch einen kleinen Schluck von dem Snowflake wieder dran für die Kühle. Weil der hat mir wirklich sehr gut gefallen. Also von dem Snowflake bin ich mir jetzt schon sicher. Da werde ich auf jeden Fall mir einige Dösen holen. Immer um so ein kleines bisschen was mit rein zu mischen. So, da es jetzt ein fluffiger Meerloch ist, mache ich noch ein bisschen weniger. So, dann rühren wir das Ganze nochmal um. 15 Gramm habe ich jetzt drin. Das ist relativ viel für den Darkseidshot. Da geht auch definitiv weniger. Ich habe aber jetzt auch ganz bewusst ein kleines bisschen mehr genommen. Weil ich den ein wenig kompakter baue, als ich nochmal machen würde. Aber so sieht das Ganze schon ganz gut aus. Das sollte maximal ein leichtes Noppenkontakt sein. Dann rein in die nächsten Heizorten. So, das Köpfchen lief jetzt eine ganze Weile. Wir sind mittlerweile sieben Stunden am Streamen. Rauchentwicklung ist wie folgt. Ich habe jetzt alle vier kleine Kohlen drin. Das war aber nochmal deutlich besser. So, und das auch mit dem Darkseidshot über eine Stunde später. Wie gesagt, vier winzige Kohlen sind jetzt noch drin. Läuft aber wunderbar. Geschmacklich wieder krass. Ich könnte nicht genau sagen, wonach es schmeckt. Wir haben wieder eine leichte Kühle von dem Snowfall dabei. Aber wonach die zwei Sorten jetzt genau schmecken. Es ist süß, es ist fruchtig, es ist lecker. Aber welche Früchte das genau sind, könnte ich jetzt gar nicht mehr sagen. Also was in den Sorten drin ist, die wir gerade gebaut haben, kann ich euch nicht sagen. Ich kann aber auch sagen, der ist auch lecker. Und im Meerloch hat er ebenfalls sehr, sehr nice performt. Also ein ganz leichter Throat-Hit. Aber so, dass ich es mag. Und es ist auf keinen Fall zu viel. Also für mich halt aber krasse Überraschung. Nichts hat drüber gehört. Auf einmal waren die auf der Messe. Und im Sommer soll er schon rauskommen. Also hoffentlich sehr bald. Wann genau, kann ich euch leider nicht sagen. Was ich euch aber sagen kann, mein erster Eindruck. Sehr, sehr gut.